Es ist Mr. MC Jinka. Wir sind in Hamburg, wir kommen aus Deutschland. Wir sind sehr, sehr, sehr herzlich hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr hier seid und wir lieben euch. Nach der Show werden wir alle auf der Tasche mit unseren schönen Merchandise-CDs, T-Shirts, Finals. Und bleiben. Okay? Ich habe es richtig gesagt? Okay, danke. So, jetzt bitte willkommen. Sie ist... Sie waren nur eine Mädchen, die in den 1960s lebte. Sie war eine... Sie war eine Star. Sie war eine Star. Sie wollten uns zurück in die Zeit. Bitte willkommen, Frau Suli. Sie war eine Star. 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.